Zug nach Brüttlingen, nächste Halte, weil heimlich ist. Nächste Halte. Aufgrund einer Fahrzeugstörung sind wir jetzt zum Stehen gekommen, wie Sie gemerkt haben. Wir versuchen gerade in diesem Moment die Fahrzeugstörung zu beheben. Dann sollte es weitergehen, aber wir stehen jetzt erstmal für ungefähr noch 10-15 Minuten. Wenn alles gut läuft, funktioniert es dann wieder. Guten Tag meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich in der RB18 auf der Fahrt nach Osterburg. Guten Tag über Metzingen, Nöttingen, Blockingen, Esslingen, Stuttgart Hauptbahnhof, Ludwigsburg, Wiedigheim, Wiesingheim, Heilbronn-Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Unser nächster Halte, Herr Reutlingen. Meine Damen und Herren, bitte beachten Sie, aufgrund von verspäteter Ankunft aus Stuttgart und durch weiterer Verzögerung im Betriebsablauf haben wir in der Zeit eine Verspätung von ca. 15 Minuten. Wir bitten um Entschuldigung. Nächster Halt. Sörmlingen Mitte. Ausstieg rechts. Nächste Station. Kiebingen. Nächste Halterstelle. Aufstiegsstraße. Sehr gerne, Fahrgäste in wenigen Minuten. Hier Stutt-Kiebingen Hauptbahnhof mit einer Verspätung von ca. 6 Minuten. Der Grund hierfür waren behördliche Maßnahmen am Stuttgarter Hauptbahnhof. Wir bitten, dieses zu entschuldigen. In Tübingen Hauptbahnhof haben Sie Anschluss an die Regionalbahn nach Alpstadt-Biebingen um 16.29 Uhr vom Gleis 6, die Regionalbahn nach Porn um 16.34 Uhr vom Gleis 12, die Regionalbahn nach Bad Oma um 16.44 Uhr vom Gleis 5. Bitte beachten Sie auch die öffentlichen Lautsprecherneustagen sowie die Anzeigetabeln am Tübinger Hauptbahnhof. Das Personal der SWG Bahn Stuttgarter verabschiedet sich von seinen Fahrgästen und wünschen Ihnen eine angenehme Weiterreise sowie einen schönen Nachmittag. Bleiben Sie gesund. Machen Sie's gut. Bis bald. Auf Wiedersehen. ZUG NACHTUTTLINGEN Nächster Halt Tuttlingen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Herzlich Willkommen in der City der Deutschen Bahn nach Singen, Hohentwiel. Unser nächster Halt ist Speichingen. Nächste Station, Tübingen, Hauptbahnhof. Diese Fahrt endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen und danken für ihre Reisen. Bitte achten Sie beim Verlassen des Zuges darauf, Ihre persönlichen Gegenstände mitzunehmen. Zug nach Tübingen, nächster Halt, Tübingen, diese Zugfahrt endet dort. Vielen Dank für Ihre Reise mit dem Region. Auf Wiedersehen. Nein, die Bissen von Luca. Ich wurde da reingewissen. Ausstieg rechts. Schönen guten Morgen, liebe Gäste. Herzlich Willkommen im Intercity der Deutschen Bahn nach Rottweil. Warten Sie bitte weiterhin die Verpflichtung zum Tragen einer FP2 oder medizinischen Maske. Wenn Sie Fragen haben, bringen Sie mich oder mein Team gerne an. Unser nächster Halt ist dann auch gleichzeitig unser Endzielbahnhof-Rottweil. Sollten wir gegen 9.18 Uhr erreichen. Gäste, die Richtung Stuttgart möchten, nehmen dann bitte den Schienenersatzverkehr und nehmen einen Bus nach Herrenberg. Von dort gelangen Sie dann mit einer S-Bahn oder Regionalbahn nach Stuttgart-Aubbahnhof. Schönen Gäste, wir begrüßen Sie recht herzlich hier an Bord des Intercitys der Deutschen Bahn zur Fahrt nach Stuttgart. Und wir wünschen Ihnen einen angenehmen Auffahrt hier an Bord unseres Zuges. Der nächste Fahrplan, wie Sie gehauen, dieses Zuges wird dann Speichingen sein. Schönen Gäste, achten Sie bitte auf folgende Sorgushinweis. Trotz, dass dieses ein Ersatz-Zuges im Baustellverkehr besteht hier an Bord unseres Zuges, die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Mund- und Nase mit der Kommunik- und Mund-Nase auf der gesamten Fahrt unseres Zuges. Der nächste Hals, Kloppingen, Ausstiege in Fahrt Richtung rechts. IRE 6 nach Thüringen, Hauptbahnhof. Nächste Station, Thüringen, Hauptbahnhof. Mercedes Straße, zu den Linien U1 und U2 bitte umsteigen. Das Estáboty Gewicht. Untertitelung des ZDF, 2020